ja heute heute musste ich aber da zu meiner maßnahme habe ich gesagt habe weil ich noch einmal in der woche muss und so und na da habe ich das mal angesprochen das thema wo ich hier mal bei mir manche idioten mal mit wasser nass gemacht aber das ist jetzt mache ich mache es ja nicht mehr aber daraufhin hat die für mich meiner maßnahme zuständig ist sie hat sie hat darauf gesagt dass das das ist auch nicht das problem löst und problem löst und und denn und das opfer sagen wir mal so war mir dann zettel im briefkasten und wissen wollte warum ich das tue mit polizei es löst auch nicht das problem die polizei wird nichts machen aber aber das habe ich ja dieses thema habe ich ja schon mal angesprochen so tja über andere über andere schlecht zu reden so dass das sage mal dass man nicht in der lage ist konflikte zu lösen oder aber man hat einfach angst man kann die wahrheit nicht verkraften also man kann austeilen aber man kann nicht einstecken draußen war wieder La 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 na 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 ho 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 Vielen Dank.